Hier ist das Restaurant, hier die Pulpa, hier sieht man es nochmal schön von oben. Im Pool kann man sich Getränke holen und kann es einem richtig gut gehen lassen. Liegen sind jede Menge hier, da hatten wir überhaupt keine Probleme und unten am Strand hat man auch noch jede Menge liegen.